ich denke dass es stimmt stimmt das kann das stimmt muss ja oder ja muss schon dann stimmt aber das da hinten nicht glaube ich dann gehört da hinten auch das dahin behaupte jetzt einfach mal draufst du wieder bitte genau dankeschön dann machen wir jetzt ein still making dahin damit wir das da umdrehen kann dann gehen wir wieder hierhin machen da ein portal hin machen hier noch ein portal hin und probieren es erneut wir sind einfach die beste wir sind einfach die beste ich habe ich habe lust zu trinken so ungefähr 18 12 und 70 ich in der polen wir hatten eine schulband wir waren damals voll die super wir haben mich aus ich hab keine Rechte und ich steh drauf lalalala ich fall nicht runter denn ich bin scheiße mann ach, Gaylord, ich möchte doch nur irgendwas machen, das das könnte nicht nicht so geschmeidig und geil wie ich das mach kann ich da rüber jumpen so wie Doodle Jump ja, kann ich, aber dann komme ich nie weiter also bringt es mir genau genommen weniger als gar nichts, denn jetzt komme ich nicht mehr rüber, ich muss wieder vorne anfangen oh mein, bin ich ein Idiot ich bin ein Idiot außerdem hätte ich auch das Ding gleich hier oben hinschießen können, ich voll Idiot naja, regen wir uns nicht auf ist alles gut sooo da unten ist irgendwas los die 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 wo geht's denn hier lang da ist kenn ich dich auf hab ich ihr gedötet oder oh ja, wie ich schon gesagt hab ja, halt mal deine Fresse da ja, gut, mach das denn wie ich schon gesagt hab ähm, wir befinden uns ja hier in der Minecraft Updating Version und das Zeug hier nennt sich Piston ich weiß, die sind schon seit allen 7er verfügbar aber, äh, ne das will ich jetzt nicht und wie ihr jetzt gleich sehen werdet beginnen die Pistons zu zu worken und damit wir nicht von den Pistons gemanscht werden können wir aber so umgehen toll, oder? so, und irgend so ein Vollidiot hat da total viel Scheiße gemacht aber das weiße Zeug ist richtig cool und jetzt weiß ich nur nicht ja, so auf alle Fälle schon mal nicht well done war das grad nieder zack zack wiii ey, ich schaff keine Süßes mehr mit dem neuen Mausbett das ich da der ist halt voll lame mein neue Boss ist ein Robot yeah ich bin der Roboter, aber ich bin der Roboter ein Fogel ich geh oben rein fall unten raus das mach ich den ganzen Tag wie war zack 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 ja, irgendwann gehts nicht mehr aber guck mal ich schau meinen eigenen ey, irgendwie die kann ich nach oben und nach unten schauen, oder? ja, Telefon, bis gleich so, jetzt bin ich wieder da ich weiß auch schon gar nicht mehr wo wir gerade waren ach, ich erinnere mich wir waren beim Volksfest der Volksmusik ne, nicht ganz glaub ich aber ich weiß es noch ganz genau damals 18 12 und 70 ich und Napoleon wir hatten ne Schulband ich weiß nicht ganz genau wo es hier lang geht trotzdem habe ich eine Vermutung gut tun wir müssen da ganz schnell hindurch da 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 oh ha, wir kustenbombe oh hm mit sich halt wie bei mw2 1 2 3 4 1 2 ich weiß oh Gott, ich weiß den Code gar nicht auch nicht aber total schwierig ich bin streng ich bin streng 50 Millionen bought them anyway ground them up mix them into a gel und guess what ground up moon rocks are pure poison I am deathly ill still it turns out they're great portal conductor so now we're gonna see if jumping in and out of these new portals can somehow the lunar poison out of a man's bloodstream unlike his lemons make lemonade halt, kratzt im Hals muss nicht sein dafür gibt es jetzt Wilkostenbombos Wilkostenbombos die schmecken und helfen ähm, hallo Maus Maus, Pets also aha in einem Raum in dem ich mich an dem ich mich noch gut erinnern kann in dem ich viel Scheiße gemacht habe an dem ich lange nicht wusste wie es geht ich denke ich werde es auch diesmal nicht wissen hey herzlich willkommen zum Volksfest der Volksmusik schau mal wie er rüber kotzt ich steh drauf ich mag es gern angekotzt zu werden ich steh auf anspruchsvolle Dinge wie Two Girls One Cup so I think we must da auf damit wir dann da um wenn es versteht was ich meine aber wie machen wir das ganze wir werden Tester brauchen wir werden Tester brauchen beziehungsweise beziehungsweise müssen wir irgendwie wahrscheinlich das ganze Zeug darüber bringen ja gut kommt her auf also gut wir müssen jetzt erstmal nach oben aber wie machen wir das wie kommen wir hier raus da hinten kommt er raus genau dann werden wir einmal rum gehen und uns auf irgendwas anderes hoch zu taken hm aber irgendwie habe ich das Gefühl ich weiß doch noch wie das ging wir müssten doch irgendwie da so glaube ich war das doch probieren wir es einfach nochmal 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 diese schöne weiße kaste passte wir müssen irgendwie höher da hoch müssen wir glaube ich aber wie wollen wir da hoch kommen ah das war nicht geplant aber ich habe glaube ich eine Vermutung wenn wir das dahin tun dann können wir wieder das dahin tun dann können wir wieder das dahin tun dann können wir wieder das dahin tun ja wow da geht es ziemlich weit runter da geht es immer noch ziemlich weit runter aber jetzt sind wir drüben und jetzt können wir ganz einfach so machen ja 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 das ist ja ja das ist ja 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 jetzt ist eigentlich nur die einzige Frage Wie bekomme ich das Ding nach unten? Da ist irgendwas. Das sieht schon mal ziemlich gut aus. Verdammt, das bringt mir nichts. Da war doch irgendwo so ein Häuschen. Da waren wir gerade. Ich habe schon irgendein Portal da oben, oder? Schauen wir gleich mal das andere daneben. Ja, dann irgendwo anders hin ist mir der Wurst jetzt da. Okay. Ähm. Wir springen einfach mal kurz, kurzerhand runter, und da oben wäre, glaube ich, irgendwas gewesen. Jetzt wissen wir wenigstens schon mal, dass es da irgendwo ist. Hui. Nein, dann springe ich daneben vorbei. Ist ja behindert. Was ist das jetzt? Ne. Ah, das ist wieder das Gleiche. Hm. Sehr schön. Eine wirklich perfekte Landung. Aber das bringt uns auch nicht weiter. So. Jetzt bin ich dann schon mal am überlegen. Wir müssen irgendwie diesen depperten Öffzug da überhöhen. Ja, super. Wir brauchen das orange Portal. Irgendwie ist es da nicht ganz so, oder? Aber was bringt mir das? Ich bin jetzt hier. Ich kann da noch nicht weiter hoch, oder? Nee. Nicht wirklich. Und reinspringen bringt auch nichts. Hä. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Ich gehe mal nochmal kurz da hoch. Ist ja wurscht. Und jetzt einfach auf irgendwas erbaut aufgespringen. Was gut zu erreichen wäre. Wir machen wir mal das da. Puh. Das war knapp, aber wir haben es geschafft. Und ich dachte eigentlich, dass der Aufzug da runter muss. Habe ich mich halt mal geirrt, nicht? Und dieses Drecks-Mauspad ist behindert. So. Jetzt weiß ich trotzdem nicht, ob mir das jetzt so viel mehr bringt. Ich probiere es einfach mal. Ähm, ja. Jetzt habe ich natürlich nur die Dingsens geswitcht. Ich muss ja da hoch. Das heißt so. Ja, das war schon mal wieder total falsch. Das auch. Ähm, das nicht so sehr, aber ich denke, ich werde das noch ein bisschen proppen müssen. wahrscheinlich geht es total anders. Ich muss da so raus. Okay, jetzt weiß ich schon mal, wo es hin muss. Und zwar muss ich das orange Mettel pfistigen. Yay! We are above. Und jetzt ist ein Speicherpunkt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Zumindest was die Aufnahmesession betrifft. Hm. Bis dahin, wie immer, gut Schuss. Euer Hodenkrebscreme. Ich weiß nicht, da-da-do-do-do-do-do-do-do-do-do Subscribe!